Hallo liebe Formel 1 Fans, MSM Freunde und Moritz. Servus, hallo. Die Sommerpause hat begonnen, aber wir sind natürlich auch weiterhin für euch da, um euch Videos zu bieten und unter anderem AskMSM Q&As mit euren Fragen. Stellt uns eure Fragen mit dem Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos, egal auf welchem unserer Kanäle, ob Tor-Kanal, ob Haupt-Kanal, ob Motorrad-Kanal, her mit den Fragen. Wir freuen uns schon drauf und heute wollen wir jetzt so ein bisschen Mischding machen, mit euch zusammen diskutieren, ein paar Fragen von euch, aber hauptsächlich geht es um fünf Themen, die uns die letzten Tage seit dem letzten Rennen so ein bisschen bewegt haben, Moritz. Und da geht es los mit Sergio Perez. Ja, das Sorgenkind aus dieser Saison, würde ich mal sagen. So ziemlich jedes zweite Video ist Sergio Perez. Ja, es war ja schon letzte Saison nicht überragend, sage ich mal, aber es hat diese Saison noch mal ein bisschen stärkere Auswirkungen oder Züge angenommen und deswegen hat jetzt dann einen User gestellt, beziehungsweise haben wir uns auch in der Redaktion damit beschäftigt, mit seiner Vertragssituation. Mittlerweile ist bekannt, Perez hat für 2024 noch einen Vertrag. Jetzt hat jemand die Frage gestellt, ist er das Geld überhaupt wert, das ihm Red Bull da zahlt? Genau, weil die letzte Zeit kamen ja einige Diskussionen und Gerüchte auf, dass es vielleicht eine Vertragsklausel gibt, je nachdem wie groß der Punkteabstand von ihm zu Max Verstappen ist, dass er dann vielleicht eine Gehaltskürzung, egal ob das jetzt das Grundgehalt, das Basisgehalt angeht oder ob seine Performance Boni angeht, dass er die ein hinnehmen muss, weil der Abstand zu groß ist. Das kam jetzt zuletzt auch, wurde aber auch schon wieder von Seiten Red Bull dementiert, dass es das Ganze gibt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es das Ganze gibt. Wäre das etwas, was du jetzt als Teamchef, als Dr. Helmut Marko oder Christian Horner befürworten würdest, im Fall von Sergio Perez? Naja, es kommt, also aus Sergio Perez Sicht meinst du? Aus deiner Sicht als Teamchef? Ach, als Teamchef. Ja, es ist so ein bisschen die Frage. Als Fahrer wirst du sicherlich nicht befürworten. Nee, deswegen. Nee, aber es ist ein bisschen, es ist schwierig als Teamchef, weil man will sich damit natürlich die, oder ein bisschen Druck auch auf den Fahrer ausüben, indem man sagt, hey, wir brauchen eine bessere Performance von dir, das und das erwarten wir von dir. Ich meine, der 125-Punkte-Abschnitt, wir nehmen jetzt einfach mal hypothetisch an, dass der wirklich in diesem Vertrag verankert ist, der ist ja jetzt nicht klein. Also der ist ja schon, gerade jetzt zur Sommerpause, schon signifikant. Dass Max Verstappen diesen Vorsprung jetzt schon hat, es spricht auch schon Wände. Unabhängig davon, was hat man denn, abgesehen davon, für einen Mehrwert von Red Bull, für Red Bull, frage ich mich. Weil auf dem Papier erfüllt Sergio Perez genau das, was sich Red Bull eigentlich schon seit Jahren von einem zweiten Fahrer für Max Verstappen gewünscht hat. Der ist da, also zumindest am Anfang der Saison ist er da, wenn Verstappen ein bisschen schwächelt oder einen Ausfall hat oder was auch immer. Solange er einfach, solange er hinter Verstappen bleibt, aber den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM holt, ist das ein reines Luxusproblem für Red Bull. Von daher ist es wahrscheinlich auch schlauer, dass es diese Klausel im Vertrag nicht gibt und man sich da nicht eine zusätzliche Baustelle heranzieht, sage ich mal, weil es einfach auch nochmal den Druck auf den zweiten Fahrer erhöhen könnte. Ob sie jetzt gibt oder nicht, wie gesagt, man muss sie ja dann nicht ziehen, wenn sie existieren sollte. Wir haben diesen großen Abstand, den du eben angesprochen hast. Wir haben aber auch die Tatsache, dass Max Verstappen alleine mehr Punkte geholt hat als jedes andere Team in der Formel 1, als alle anderen neuen Teams. Der wäre alleine Konstrukteurs-Weltmeister zum aktuellen Zeitpunkt. Deswegen ist es ja nicht nur, dass Sergio Perez die Prügel bekommen hat, sondern auch alle anderen Fahrer und Teams. So gesehen, jetzt nicht so schlimm, da müssen wir denen auch allen erstmal das Geld abziehen. Und auf der anderen Seite, Perez hatte jetzt diese Krise im Qualifying. Auch die Aufholjagden, wenn man sie so bezeichnen möchte, waren jetzt im Vergleich zu dem, was Verstappen geboten hat, nicht unbedingt das, was man sehen will. Man hat auch gesehen, wenn Verstappen mit einer Strafe weiter hinten startet, fährt der Perez trotzdem um die Ohren. Also es ist nicht toll, was er da geboten hat, aber es reicht immer noch zu dem, wie du genau richtig gesagt hast, für das, was er machen soll. Deswegen wäre es für mich jetzt falsch zu sagen, wenn es diese Klausel gäbe, okay, wir kürzen jetzt deinen gehaltenen Fahrer, der in der Krise drin war, im Formtief drin war, dessen Selbstvertrauen angeschlagen war, jetzt nehmen wir dir noch ein bisschen Geld weg und plötzlich bist du so viel besser. Ich glaube, das ist Eintreten auf jemanden, der schon am Boden liegt, das wäre nicht so gut. Unabhängig davon gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass Red Bull nicht sich in der Position sieht, Geld einsparen zu müssen. Von daher alles richtig gemacht, dass es diese Klausel offensichtlich nicht gibt. Und wenn es sie gäbe, sie nicht gezogen würde. Oder so. Wenn man nicht sagt, ah, das gibt es sowieso nicht und wir ziehen es auch nicht. Und wäre ja das Geld wert, so wie du das jetzt eben gesagt hast, wenn wir diese Frage uns anschauen, die ja das Spannendste daran ist, nachdem er jetzt, wie du gesagt hast, viele Prügel abbekommen hat, meiner Meinung nach ist das Geld trotzdem wert, weil er genau das macht, was er machen soll. Ja, wie gesagt, er ist genau das, was sich Red Bull vorstellt. Er hat sich auch ein bisschen, also er sorgt auch nicht mehr für so eine aktive, schlechte Stimmung, in dem Sinn, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber Dr. Helmut Marko hat es auch gesagt, er ist jetzt von seinem WM-Traum aufgewacht, den er ja gerade nach den ersten Rennen so ganz offen kommuniziert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für wirklich Unstimmigkeiten im Red Bull-Lager gesorgt hat, weil im Endeffekt will ja Red Bull zwei ehrgeizige Fahrer. Trotzdem nimmt es auch jetzt ein bisschen Druck auch von ihm weg. Und ich glaube, es würde ihm aber doch ganz gut tun, wenn er eben nicht offen sagt, er will um die WM fahren, sondern dass er sich mit einer Rolle zufrieden gibt, die ja zweifelsohne sehr, sehr gut ist. Weil du sitzt nun mal de facto im schnellsten Auto, musst halt aber die zweite Geige zu Max Verstappen spielen. Die musst du zwangsläufig spielen, wenn du Sergio Perez bist, weil du einfach nicht auf diesem fahrerischen Level bist. Von daher tut er daran ganz gut, vielleicht da seine Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben, vor allem auch, weil Red Bull am längeren Hebel sitzt, was den Vertrag angeht. Ja, den hat er jetzt auch noch für nächste Saison und da wird sich, denke ich, auch nichts dran tun, wenn er jetzt nicht völlig abfallen würde. Aber wie gesagt, was er bislang gebracht hat, war nicht super rosig. Muss man auch ganz klar sagen, wir haben ihn oft genug kritisiert und unserer Meinung nach auch korrekt, weil in dem Auto müsste er bessere Leistung bei einigen Rennen gebracht haben, vor allen Dingen in den Qualifyings und dann wird es auch im Rennen besser. Aber es ist nicht so, dass er super schlecht wäre, sieht man auch da dran für einen Artikel in unserer aktuellen Printausgabe, habe ich mal nachgeschaut. Wenn er vier, fünf Punkte mehr nur geholt hätte, wäre er alleine Dritter in der Konstrukteurs-WM. Also ein Checo Grand Prix Team wäre aktuell mit einem Kunden Red Bull Dritter in der Konstrukteurs-WM, wenn er nur fünf, sechs Punkte mehr geholt hätte. Und die waren ja locker drin, allein durch die ganzen Quali-Probleme. Ja, sprich doch im Zweifel eher für Red Bull als für Sergio Perez, aber gut. Aber gut, schauen wir uns das nächste Team an, das aktuell Zweiter ist in der Konstrukteurs-Wertung. Das wäre noch definitiv vor dem Checo Grand Prix Team gelandet, nämlich Mercedes. Und da haben wir einen Artikel bei uns auf der Webseite mit Aussagen von Toto Wolf über Mercedes, die 2024 natürlich wieder titelfähig werden wollen. Und wir müssen uns jetzt fragen, ist das denn tatsächlich möglich? Ist die Steigerung, die Sie dieses Jahr nach dem zweiten Fehlstart, den zweiten Mal, wo Sie wirklich daneben gelangt haben mit Ihrem Fahrzeugkonzept oder was auch immer ein Konzept sein mag, haben Sie da jetzt die Chance, das nächstes Jahr hinzukriegen und dann wieder um Siege und Titel mitzukämpfen? Weil das ist das Einzige, was Toto Wolf sagt. Das wollen wir, das ist unser Ziel. Dann ist mir auch wurscht, ob wir dieses Jahr Zweiter, Dritter oder Vierter werden. Ja, man muss dazu sagen, dieses Ziel haben Sie ja eigentlich schon vom Übergang vom vorletzten auf das letzte Jahr ganz offen kommuniziert. Und wie du gerade richtig gesagt hast, das ist ja auch im letzten Jahr schon fehlgeschlagen. Von daher, man backt bei Mercedes einfach keine kleineren Brötchen. Die kommen aus der Position, dauerhaft Weltmeister zu sein. Die kennen nichts anderes, die wollen nichts anderes. Und das finde ich auch gar nicht schlecht. Würde Ihnen ja auch keiner abnehmen. Wir würden sonst auch wieder sagen, Tiefstapel Toto, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, wenn Sie allen um die Ohren gefahren sind. Ja, genau. Und deswegen will man jetzt auch in dieser Saison eben wieder bei Mercedes jeden Stein umdrehen, den es gibt. Ein bisschen hat man das schon gemacht mit dem Tausch von Mike Elliott und James Ellison, dass man da die Verantwortlichkeiten wieder ein bisschen getauscht hat. Was man aber halt einfach nicht vergessen darf, Red Bull hat einen so wahnsinnigen Vorsprung und eben auch ein Jahr Entwicklungsvorsprung, weil man sich eben mit diesem Zero-Side-Pod-Konzept in so eine kleine Sackgasse manövriert hat, aus der man ja jetzt erst in Monaco wieder rausgekommen ist oder einfach einen U-Turn gemacht hat und wieder einen komplett neuen Weg gegangen ist. Diesen Rückstand darf man einfach nicht vernachlässigen. Und da wäre es vielleicht auch an einer Mercedes-Stelle besser, wenn man da ein bisschen realistischer an alles rangeht. Was aber auf der anderen Seite dafür spricht, dass sie nächstes Jahr wieder ganz oben mit angreifen könnten, ist, Red Bull kann sich nicht mehr so viel weiter nach oben entwickeln. Bei Mercedes ist mit dem neuen Konzept, mit den Lektionen, die man jetzt in der Saison gelernt hat und über den Winter lernt und all diese Themen, hat man noch ein bisschen mehr Potenzial, nach oben zu steigen. Das hat man bei Red Bull hoffentlich nicht. Ja, das hat man bei Red Bull, ich sage ganz bewusst, hoffentlich nicht. Vielleicht lassen sich die schlauen Köpfe da wieder was einfallen. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, das könnte Mercedes Mut geben für das nächste Jahr. Es gibt so ein paar Dinge, die da Mut geben könnten. Tote Wolf zitiert dann gerne jetzt einerseits Aston Martin, was die vom letzten Jahr über den Winter auf diese Saison geschafft haben und jetzt McLaren, die mit ihrem 2 von 3 Update-Teilen schon ganz gut aufgeholt haben und teilweise dann besser waren als Mercedes selbst im Werksteam, als Kundenteam. Zum zweiten Mal, dass ein Kundenteam ihn dieses Jahr manchmal ein bisschen in die Suppe gespuckt hat. Das ist einerseits was, wo man dann sagen kann, ja, man sieht es, man kann Sprünge machen, wenn alles funktioniert. Andererseits auch ein bisschen, dass sie dieses Jahr, klar, die Nummer 2 mittlerweile nach Punkten sind. Sie haben 51 Punkte Vorsprung auf den dritten. Das heißt, da haben sie dann aufgeholt, trotz des Fehlstarts und der schlechten Autos am Anfang der Saison und den nicht erfüllten Erwartungen, nachdem das letztes Jahr schon nicht geklappt hat. Ein bisschen nach Erfolgen rein betrachtet, sind sie dieses Jahr mit dem W14 sogar schlechter als mit dem W13 in der ersten Saisonhälfte letztes Jahr, weil wir haben, glaube ich, nur 4 oder 5 Podestplätze dieses Jahr. 11 waren es letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt. Aber da war auch ein bisschen mehr Glück dabei, Ausfälle bei anderen, ein bisschen vom Pecht anderer profitiert. Dieses Jahr ist vielleicht ein bisschen mehr, vor allen Dingen nach den Updates von der eigenen Performance dabei. Jetzt kommt es darauf an, können sie sich dieses Jahr da noch ein bisschen steigern. Da gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Toto Wolff, der ja, wie eben gesagt hat, ich werde auch gern Dritter und Vierter und nächstes Jahr dann wieder Weltmeister. Aber innerhalb des Teams, oder haben die gesprochenen Mike Elliott und James Ellison, die sagen beide eigentlich auch, für das Team wäre es schon gut, Zweiter zu werden, Aufwärtstrend im Vergleich zum letzten Jahr zu zeigen und noch gute Ergebnisse zu holen. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wo Mercedes diese Saison gestartet ist. Also du hast die Podestplätze angesprochen. Die gingen ja dann, wenn es abgesehen von Red Bull jemand noch geschafft hat, gingen die ja hauptsächlich aufs Konto von Fernando Alonso. Da war eben Mercedes am Anfang der Saison noch nicht da. Und wie so oft in der Formel 1, the trend is your friend. Also man erkennt schon deutlich, dass sich Mercedes jetzt als zweite Kraft etabliert. Also weil sie einfach konstant, was ja auch so ein Punkt war, der in der vorigen Saison so schwierig war, eben diese Inkonstanz. Die haben sie jetzt ein bisschen abgestellt. Klar sind sie nicht auf jeder Strecke dann entweder sehr gut oder fallen ab. Aber sie sind jetzt immer so ein bisschen mit dabei, immer mit vorne dabei, sammeln die Krümel, ob die Red Bull oft hinterlässt. Und vor allem, was ganz wichtig ist, glaube ich, auch für die Moral des Teams, du bist jetzt endlich nicht mehr hinter einem Kundenteam. Also McLaren, schauen wir mal, was jetzt noch in der zweiten Hälfte passiert. Weil das kann ja, das ist ja eigentlich inakzeptabel, als dass ein Kundenteam vor dem Werksteam ist. Und ich glaube auch, dass man da bei Mercedes ein bisschen im Stolz auch gekränkt war, zu Recht auch. Sicherlich in Brackley und Brickswurst nicht ganz ideal für die Motivation im Team gewesen, solange sie dahinter waren oder wenn sie das mal wieder sein sollten. Ein Punkt, der dafür spricht ist, wie du gesagt hast, dass sie sich verbessert haben, dass die Umstellung mit James Ellison jetzt vielleicht auch ein bisschen wieder mehr Hoffnung gibt, dass es dadurch besser läuft, dass nächstes Jahr mit einem neuen Chassis noch mehr rausgeholt werden kann, weil das konnten sie jetzt aus Budget-Cap-Gründen einfach nicht ändern. Sonst hätte man da vielleicht nochmal mehr Sprünge sehen können bei allen Teams. Aber das geht eben aktuell mit dem Reglement nicht. So gesehen, da ist noch Potenzial da. Was so ein bisschen abschreckend auf mich wirkt, ist halt, dass sie es dieses Jahr schon im zweiten Jahr vermasselt haben. Ja, das ist eine Frage, die wird Mercedes nur selber beantworten können, warum man nicht dieses Konzept einmal komplett gesagt hat, okay, wir haben jetzt einmal in die Mülltonne gegriffen, jetzt starten wir nochmal richtig. Man war anscheinend sehr überzeugt über den Winter, dass es trotzdem so geht. Könnte vielleicht indirekt ein Grund dafür gewesen sein, dass Mike Elliott ein bisschen die Position wechseln musste und James Ellison wieder zurückgeholt wurde, der ja in dieser glorreichen Zeit von Mercedes, jetzt in den 10er Jahren, fast sinnbildlich für die Dominanz oder für die Überlegenheit des reinen Autos an sich stand. Zumindest seit er dann da war. Ja, genau. Von daher, wie gesagt, das ist nur eine Frage, die wird Mercedes selber beantworten können. Das wird ihnen jetzt aber erstmal wurscht sein. Für Mercedes würde es jetzt darum gehen, möglichst viel aus der aktuellen Saison zu lernen und vor allem auch von dem neuen Fahrzeugkonzept zu lernen. Genau, das ist die Frage, weil du gesagt hast, sie waren davon überzeugt. Es war vielleicht ein bisschen dieser Sieg letztes Jahr in Brasilien ein Problem, der gezeigt hat, oh, das funktioniert ja eigentlich doch. Aber war das nicht vielleicht das Format dort und die Konkurrenz Red Bull, die da am Freitag ein bisschen daneben gelegen hat. Und andererseits haben sie selber gesagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten im Winter gehabt. Wir verfolgen diesen einen Weg, der nicht so riskant ist. Und wenn er nicht funktioniert, können wir ihn relativ schnell mit diesem Upgrade, das sie auch dann schon schnell angekündigt haben, korrigieren. Oder wir gehen halt den Weg, wir nehmen alles mit, wir versuchen alles, es ist riskant. Wenn es daneben geht, dann hauen wir nochmal richtig daneben. Und das haben sie sich in dem Fall nicht getraut. Ja, also es ist wahrscheinlich jetzt dann schon der richtige Schritt. Ich finde schon auch, dass seit dem Monaco-Update, dass da schon ein erkennbarer Schritt nach vorne zu erkennen ist. Das sagen auch die Fahrer, vor allem Lewis Hamilton und Tose Wolf auch, dass das Auto einfach viel berechenbarer jetzt geworden ist. Sie können viel besser am Setup arbeiten, sie wissen viel mehr. Wenn sie das jetzt am Setup ändern, wird das und das passieren. Weil das ist ja so das Hauptproblem, wie schon gesagt, vom B13. Sie haben was gemacht und es ist aber am Auto das komplette Gegenteil passiert von dem, was sie eigentlich erwartet haben. Du hast die letzten Erfolge aus der vergangenen Saison angesprochen, die Pole Position des 1-2 in Brasilien. Dass man sich da vielleicht in eine falsche Richtung hat leiten lassen, kann ich mir schon gut vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn man an diesem Punkt in der Saison ist, ist man doch eigentlich schon mitten in der Entwicklung für das nächstjährige Auto. Die Entscheidung stand wahrscheinlich schon, oder ich sag mal, diese Entscheidung stand zwischen diesen beiden Konzepten. Und vielleicht war Brasilien so der Ausschlag, okay, wir gehen jetzt doch in die erstmal. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles Vergangenheit. Ich hoffe für die Formel 1 und für uns alle, dass sie nächstes Jahr richtig liegen und das Konzept beibehalten und das schön weiterentwickeln, weil dann haben wir auch wieder einen spannenderen WM-Kampf. Wir wollen nicht mehr sagen, oh, wir haben fünf Teams, die um Platz zwei kämpfen. Das ist super spannend, wenn Red Bull oder Max Verstappen nicht wäre. Wir wollen ganz gerne zwei oder drei Teams haben, die dann wirklich vorne mitkämpfen. Mal schauen, ob es dazu kommt. Sagt uns in den Kommentaren, ob ihr glaubt, dass Mercedes nächstes Jahr wieder titelfähig ist oder zumindest deutlich näher dran oder jemand anderes von den Verfolgern. Und wir schauen auf ein Team, wo eben haben wir gesagt, Mercedes hat doch ein bisschen Sprünge gemacht. Die machen leider keine Sprünge in dieser Saison. Alpha Tauri. Und nächstes Jahr werden sie auch nicht mehr Alpha Tauri heißen. So viel steht schon mal fest. Wie sie genau heißen werden, das ist noch nicht klar. Aber zuletzt kamen jetzt mögliche neue Titelsponsoren und Namensgeber ins Spiel. Einerseits Hugo Boss und auf der anderen Seite Orlen, die auch schon als Partner mit dabei sind jetzt und auch vorher schon in der Formel 1 vertreten waren, bei Alfa Romeo und Robert Kubica. Ja, Alpha Tauri oder Hugo Boss Bulls Racing oder wie das Team schließlich dann heißen soll oder wird, macht wenn Schritte überhaupt zurück, muss man leider so ganz klar so sagen. Ich glaube, es ist keine schwierige Situation da gerade in dem Team, gerade auch in Bezug auf das Rebranding, auf die zukünftige zunehmende Selbstständigkeit des Teams, gerade auch was den finanziellen Aspekt angeht, weil es ist ja schon jetzt offen kommuniziert worden, die Synergien zwischen Red Bull, also dem Mutterteam, und Alfa Tauri, Schrägstrich, Hugo Boss Racing, wie auch immer, sollen auf rein fahrzeugtechnischer Seite, sollen verstärkt werden. Auf der anderen Seite sollen aber das Team in der Lage sein, rein finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Mit diesem Alfa Tauri Branding inklusive der Klamottenmarke ist man wohl nicht zufrieden, auch was den Effekt auf die Marke an sich hat und auf die Profitabilität. Da ist jetzt die Frage, inwiefern helfen die Synergien zwischen Red Bull und Alfa Tauri, Schrägstrich, fürs nächste Jahr. Was du sagst, finanzielle Seite, wir haben ja ein Interview mit Peter Bayer, ein Exklusivinterview in unserer aktuellen Ausgabe 92, hier oben ist der Link, holt es euch, wenn ihr es noch nicht habt, und dann könnt ihr das Ganze lesen, unter anderem auch Geschichten über Nick de Vries und Daniel Ricciardo, das Comeback, wie es dazu gekommen ist, also ein richtig schöner Alfa Tauri Block mit drin. Und da sagt er auch, ja, es gibt diesen Plan, natürlich ist das gestaffelt, das heißt jetzt nicht sofort, dass sie nächste Saison plötzlich alles selber finanzieren müssen, da kommt trotzdem noch Geld von Red Bull rein. Auf der technischen Seite haben wir auch eine Frage bekommen von F1 Tom Supreme 583 und da war die Frage, stimmt es, dass Alfa Tauri nächste Saison mit dem jetzigen RB19 in die Saison starten möchte? Da würde sich das Team ja verbessern, verbessern, stark verbessern, sagt er, und die Synergien sollen ja mehr zusammengeführt werden. Der Teil stimmt, was nicht stimmt, wenn darüber gesprochen wird, Synergien zu nutzen, um mehr Teile von Red Bull und Red Bull Technologies zu nutzen. Sie können nicht das ganze Auto holen, das ist nicht erlaubt vom Reglement her. Sie können natürlich nur die Teile beziehen, die Sie nicht schon beziehen, einige beziehen sie ja schon, aber Sie wollen doch mehr und alles ausreizen, was das Reglement eben hergibt an Teilen, die Sie als Kunde beziehen dürfen. Aber Sie können nicht das Auto einfach nehmen und dann nächstes Jahr allen anderen um die Ohren fahren, nur noch hinter Verstappen. Ja, wobei man fairerweise sagen muss, die Frage war so gestellt, ob Sie das möchten. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie es gerne wollen würden, weil es einfach einen wahnsinnigen Performance-Sprung bedeuten würde. Wie gesagt, dürfen tun Sie es nicht. Ja, Sie in so Hinsicht, ja, möchten, Sie würden das vielleicht gerne, aber es gibt auch keinen Plan oder sonst irgendwas. Das heißt, immer wenn davon gesprochen wird, auch in dem Interview bei uns, bedeutet es alles, was erlaubt ist. Immer diesen Satz mit dazu denken. Gut, das war der Teil. Als Sicht auf den neuen Namensgeber ist natürlich dann auch immer die Frage, möchte ich dort Namensgeber und Hauptsponsor werden und das Team danach benennen? Nicht nur, weil es jetzt sportlich aktuell nicht läuft, sondern auch, weil Red Bull natürlich auch immer so ein bisschen drüber ist. Erinnert man sich noch an die Red Bull Racing Titelsponsoren, Titelpartner der letzten Jahre? Wie viel hat Oracle aktuell davon, obwohl sie verdammt viel Geld dafür hergeben? Was war mit Infinity? Ja, wobei man sagen muss, die Formel 1 ist für Sponsoren schon attraktiver geworden, einfach aus den Gründen des Budget Caps und der zunehmenden Nachhaltigkeit und dem Boom der Formel 1 auch auf dem amerikanischen Markt. Also das ist, und die amerikanische Zielgruppe ist auch, ich sage mal, kauffreudiger im Zweifel als die alteingefleischten europäischen Fans. Von daher ist es für, ich kann mir das für Sponsoren schon attraktiv vorstellen, einfach weil du eben auch diese Zusicherung der zusätzlichen Synergien zu Red Bull hast, bedeutet, es kann eigentlich nur besser werden, rein was die Autoperformance angeht, was dann wieder das Auto öfter im TV erscheinen lässt, was dann die Marke, Hugo Boss, was auf dem Auto mehr erscheinen lässt, genauso wie es Orlen mehr erscheinen lassen würde. Von daher ist es sicher keine schlechte Idee, ob man dann gleich kompletter Namenspartner und das komplette Team umbenennen muss. Das ist eine Frage, die übersteigt, glaube ich, meine Kompetenz so rein, ob das wirtschaftlich überhaupt Sinn machen würde. Da sind sicher Köpfe dabei, die da mehr drüber wissen. Die Frage ist halt, wie sehr Hugo Boss wirklich an diesem Rennsport an sich interessiert ist oder ob es halt wirklich rein darum geht, okay, wir stauben halt den Boom der Formel 1 ab, wir wollen die zusätzlichen Einnahmen dadurch generieren und dann die Teamnamenrechte irgendwann mit Gewinn verkaufen. Aber wie gesagt, das werden die Chefe von Hugo Boss besser wissen als ich. Hoffen wir es einfach mal, dass sie das besser wissen als wir. Und ihr habt vielleicht die Sirenen schon im Hintergrund gehört. Machen wir schnell weiter. Hüpfen wir von Faenza ein bisschen weiter nach Maranello. Denn auch da gab es ein paar News die letzten Tage. Dass es letztes Jahr ganz gut angefangen hat mit einem Auftakt Sieg und Siegen und Titelchancen und dann ganz schnell den Bach runtergegangen ist, wissen wir. Dieses Jahr ging es noch nicht mal gut los. Keine Siege bislang und sehr, sehr viel Down und wenig Ups bei der ganzen Sache. Hin und wieder kommt aber mal so ein Wochenende, wo die Diva, nicht nur der Mercedes, das ist das eine, sondern auch der Ferrari, so ein bisschen als Glücksspiel-Wundertüte SF23, dann plötzlich mal wieder ganz gut ist und auf dem Podium rausschaut. Und tja, neuer Teamchef ist mit am Start. Er hat natürlich auch viel zu tun. Charles Leclerc hat ihn jetzt in unserer News hier bei uns auf unserer Webseite in Schutz genommen und gesagt, gebt ihm Zeit. Das braucht alles ein bisschen Habgeduld mit ihm. Wir kennen aber jetzt auch die Tifosi und vor allen Dingen die Presse in Italien. Was glaubst du, wie viel Zeit bekommt er? Ich hoffe für ihn, dass er mehr Zeit bekommt, weil es würde Ferrari einfach wirklich gut tun, da mal ein bisschen Ruhe und Konstanz reinzubringen. Was glaube ich, also Charles Leclerc ist höchstwahrscheinlich ein starker Fürsprecher für Frédéric Vasseur, einfach weil sie sich schon aus Sauberzeiten kennen und die beiden scheinen sich offen gut zu verstehen, sind beide auf einer Wellenlänge und ich gebe Zweifel davon aus, dass Ferrari wahnsinnig gern Charles Leclerc behalten würde. Und wenn man dann so einen guten Teamchef für ihn mit im Team dabei behält, ist das sicher ein ganz gutes Pro-Argument, den Vertrag nochmal zu verlängern. Unabhängig davon ist es jetzt nicht so, dass Frédéric Vasseur komplett untätig war, muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Es gab hinter den Kulissen, oder mehr oder weniger hinter den Kulissen, ein paar Umstrukturierungen. Laurent Mäckis wird zu Alfa Tauri gehen, David Sanchez, vorher Chef-Ingenieur des reifenfressenden Rennen-Ferrari, wird zu McLaren wechseln. Was mich vor allem nicht beeindruckt hat, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass diese ganzen Wechsel, Laurent Mäckis in Abstrichen, und auch, dass Ferrari da in Kanada, nee, Spanien war es, Entschuldigung, mit dem komplett neuen Fahrzeugkonzept ankam, dass das alles sehr unter dem Radar lief. Da hat man für Ferrari untypisch nicht viel von mitbekommen. Und ich glaube schon, dass das auch zum Teil auf die Kappe von Frédéric Vasseur geht. Wenn ich böse bin, sage ich auch, auf der Strecke hat man nicht viel davon mitbekommen. Zumindest in Spanien. Ja, in Spanien war Katastrophe, das stimmt. Aber das ist tatsächlich was Gutes im Maranello in Italien, wenn da mal nicht alles rauskommt. Auch wenn es vorher dann die Diskussion gab, wann kommt da ein Update. Aber dieses Jahr konnte er da noch nicht Einfluss drauf nehmen. Die neuen Techniker mussten auch erst mal alle reinkommen. Alles, was dieses Jahr passiert ist, letztes Jahr noch von Binotto eingeleitet worden. Das heißt, daran hat er keinen Einfluss darauf. Aber nächstes Jahr muss es dann deutlich besser werden. Ja, und vor allem was für, also er hat auch am Anfang von diesem Jahr, als er übernommen hat, gesagt, er möchte sich das alles erst mal angucken und mal so einen kleinen Check-up machen, die ganze Sache analysieren. Von daher, ich denke schon, dass das ein guter Ansatz ist. Wenn wir jetzt aufs nächste Jahr kommen, ist ein Vorteil, dass die Erwartungen geringer sind. Weil Ferrari kam aus der ersten Saison nach der Regelrevolution, kam mit dem Super, teilweise mit dem besten Auto oder zum Großteil der Saison mit dem besten Auto raus. Und dementsprechend sind die Erwartungen für diese Saison natürlich schon hoch gewesen, dass man versucht, als Team da Red Bull anzugreifen und vielleicht mischt Mercedes auch wieder mit. Das ist alles nicht passiert. Fred Ferrari hat einen weiteren Rückschritt gemacht. Und wenn man jetzt zynisch ist, könnte man sagen, viel schlechter kann es eigentlich nicht werden. Ja, weil Ferrari hat diese ganzen Ressourcen in der Theorie. Sie müssen halt jetzt nur, man bekommt halt auch von den neuen Einstellungen, die Fred Wasseur vornimmt, bekommt man halt eigentlich nicht viel mit, gerade auf technischer Seite. Und die müssen halt schauen, dass sie jetzt dieses Jahr im Winter den Ferrari so hinbekommen, dass er auch im Rennen und nicht nur im Qualifying gut performen kann. Also schlimmer kann es schon werden, ich sage 2020. Ja, aber wenn wir jetzt, wenn ich jetzt böse bin, würde ich entgegenhalten, ja, die Erwartungen sind vielleicht niedriger, aber im Maranello sind sie an sich eigentlich immer hoch. Das ist das Leid des Ferrari. Das muss man leider so sagen. Deswegen wird das nicht funktionieren. In der Hinsicht werden sie immer sagen, ihr müsst gewinnen, ihr müsst vorne um den Titel mitkämpfen. Deswegen, Fred Wasseur wird sich vor allem an der nächsten Saison messen lassen müssen. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Und unser letztes Thema, das wir für heute haben, ist eigentlich das spannendste, große Thema des letzten Rennens vor der Sommerpause gewesen in Belgien. Nämlich so ein bisschen diese Hassliebe zwischen Max Verstappen und Gianperi Lambiasis, einem Renningeneur. War auch der Aufmacher für unser Video auf unserem Hauptkanal, was Christian von der Strecke gemacht hat. Und da kann man jetzt natürlich auch nochmal die Frage von CHX-Plattformen mit anschauen. Der fragt, könnt ihr bitte nochmal die Rolle des Renningeneurs näher erläutern, beziehungsweise auch, welche Rolle dieser in Verbindung mit Max Verstappen spielt und ob dieser grundsätzlich einfach zu ersetzen wäre, ohne es riesengrohr einzugehen, dass dadurch der Erfolg beeinträchtigt wird. Sollte man vielleicht nochmal kurz vorweg schieben. Wir haben Artikel dazu gehabt, wir haben das Video dazu gehabt. Das kam jetzt vielleicht manchmal ein bisschen harsch rüber, die Funksprüche. Manchmal ist es auch so ernst gemeint gewesen, aber grundsätzlich ist da jetzt kein böses Blut zwischen den beiden, sondern die wissen ja schon ganz genau, wie sie sich gegenseitig anstacheln, so wie wir das vielleicht auch im Video oder in der Redaktion untereinander machen. Ja, also hier in der Redaktion ist der Ton nicht ganz so rau, muss man mal ganz kurz vorwarnend sagen. Also da muss sich keiner Sorgen machen. Aber ja, man merkt einfach bei beiden, sowohl bei Gianpiero Lambiasi als auch bei Max Verstappen, die wollen beide unbedingt gewinnen. Da ist denen der Umgangston erst mal, wie es im ersten Moment rüberkommt, ist denen wurscht. Und das ist auch Teil des Erfolgskonzeptes zwischen den beiden. GP, wie man ihn nennt, ist total atypisch für den normalen Renningenieur in der Formel 1. Weil wenn man das normalerweise so mitbekommt, eigentlich, gerade wenn der Fahrer sauer über die Strategie des Teams oder über sonst irgendwas ist, ist er der Renningenieur der Erste, der das direkt abbekommt. Und es war jetzt nicht das erste Mal, dass Lambiasi da auch direkt dagegen gehalten hat. Und Max Verstappen in seiner typisch ruhigen Art und Weise, auch als guter Gegenpol zu dieser aufgebrachten Max Verstappen-Vita, einfach gesagt hat und Schritt für Schritt erklärt hat, hey, wir haben das und das deswegen gemacht, ging jetzt konkret um die Pushlabs im Belgien-Qualifying. Du hättest auf der dritten Runde keine Batterie mehr gehabt, du wärst viel langsamer gewesen, du bist durch, beruhig dich. Und dass dann da am Funk, dass das für alle zu hören ist, wissen beide. Aber sie wissen auch beide ganz genau, dass sie sich nach dem Debrief wieder die Hände schütteln und sagen, okay, ich kann nachvollziehen, warum du das und das gesagt hast, warum du das und das gerne haben wollen würdest oder gehabt, oder gehabt hättest gerne. Und dann gehen beide wieder ihren Weg und setzen sich mit diesem Ganzen hin und her gar nicht mehr auseinander. Und grundsätzlich ist es denen egal, ob das zu hören ist oder nicht, weil die sind gerade dabei, ihren Job zu machen. Und der eine sitzt im Auto und fährt mit 300 Sachen da durch die Gegend. Der andere ist im Kopf bei tausend verschiedenen Dingen, die er gleichzeitig beachten muss und Max durchgeben muss oder auch nicht und Entscheidungen treffen muss. Da interessiert dir das jetzt nicht wirklich, was wir als Zuschauer davon halten. Ja. Und ob wir es richtig auffassen. Ja. Ich habe da, als ich auch diese Funksprüche in Belgien gehört habe, musste ich an an Sebastian Vettel denken, der mal vor ein paar Jahren bei Ferrari, in diesem solchen Jahr bei Ferrari, beim letzten, seinem Team selber die Strategie vorgegeben hat und sagte, das müsst ihr tun, welche Zeiten muss ich fahren, damit ich dann und dann nach den Boxestops vor dem und dem bleibe. Sowas würde sich halt in Lambiase überhaupt nicht gefallen lassen beziehungsweise diese Beziehung findet gar nicht auf dieser Ebene statt zwischen den beiden, denn die sind beide wirklich auf Augenhöhe, was im Normalfall in der Formel 1 nicht der Fall ist, weil da ist schon der Fahrer schon höher gestellt und der Renningenieur dient quasi nur als Bindeglied zu den Informationen, die das Team ihm gibt und die gibt er dann quasi an den Fahrer weiter. Genau, und was natürlich nicht heißen soll, dass es nicht hin und wieder Funksprüche gibt, die ganz genau gezielt darauf abzielen, ich will was beeinflussen, ich will was sagen, sprechen wir nur mal vom geheimen Teamchef Fernando Alonso, da wird schon einiges gefunkt und gesagt, was genau so gemeint ist und versteckt ist, ob jetzt in Richtung Langstroll oder das Team oder früher bei anderen Teams, also das kann es natürlich auch geben und um die Frage hier nochmal zu beantworten, könnte der Renningenieur einfach so ganz schnell ausgetauscht werden, ohne dass der Erfolg beeinträchtigt wird? Theoretisch schon, es ist ein enges Band, sie sind aufeinander abgestimmt, das heißt, die wollen eigentlich nicht einfach irgendjemand anders haben, aber wir haben es in der Vergangenheit gesehen, wenn mal jemand ersetzt werden muss, weil er krank ist oder nicht da ist, hatten wir auch bei Mercedes mit Lewis Hamilton öfter schon mal ein, zweimal, dass dann Bono nicht da war oder dass jemand anderes einspringen musste bei anderen Fahrern und Teams, das kann vorkommen und wenn sie gut sind, hat das keinen Einfluss auf das Ganze, aber natürlich wollen sie lieber ihren Ingenieur behalten, weil sie eingespielt sind und hoffentlich sich gut verstehen und genau eben wissen, wie sie diese Aussagen zu verstehen haben, beide Seiten. Andererseits wird auch manchmal einfach der Ingenieur getauscht, weil sie jahrelang zusammen sind, um mal neue Impulse zu setzen. Ja, also ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Verstappen würde trotzdem weiterhin Grand Prix gewinnen, auch wenn er einen anderen Renningenieur hätte, aber trotzdem, er hat auch in der Vergangenheit gesagt, er möchte mit keinem anderen Renningenieur mehr als GP eben zusammenfahren und du hast es gesagt, es liegt einfach daran, dass die beiden sehr eingespielt sind, sie wissen genau, was sie aneinander haben, sie wissen ganz genau, wie sie die Aussagen des anderen einordnen können und von daher, also bei Verstappen konkret würde das jetzt wahrscheinlich keinen Unterschied machen in der aktuellen Saison, weil er eben so gut ist und weil das Auto so stark ist, aber grundsätzlich ist es natürlich auch für den Fahrer angenehmer, jemanden zu haben, mit dem man da vertraut ist und deswegen wechseln auch die Fahrer eher ungern ihre Renningenieure. Und wir wechseln jetzt nicht mehr das Thema, denn wir sind am Ende angekommen, haben wir schon eine halbe Stunde lang hier mit den letzten News und Diskussionen dazu versorgt. Auf unserem Hauptkanal bekommt ihr noch mehr davon, auch in der Sommerpause und wir haben noch viele Ask MSM Q&As für euch hier auf dem Talkkanal vorbereitet. Interviews gibt es auch noch in der Sommerpause, also freut euch auf all das und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja. Servus, ciao, ciao. Ciao.